hallo und herzlich willkommen ich bin josie unabhängige sensi beraterin und ich habe gedacht ich mache heute mal ein spontanes video wieder mal wo ich euch ein bisschen was erzähle zum beispiel was ist sensi? sensi ist eine tolle alternativ zu hörkämischen duftkerzen ihr habt kein ruß ihr habt kein wachs in der luft ihr habt keine offene flammen ihr habt eine schöne dekorative lampe zu hause oder ihr habt was für die steckdose zu hause ihr habt so viele verschiedene varianten duft nach oben zu um euch nach hause zu bringen ihr habt 14 tage 14 tages rückgaberecht auf eure ware ihr könnt den bar aufmachen zum beispiel und riechen die lampe auspacken gucken ob die passt und wenn nicht passt meldet ihr euch und bei mir und ich regel mit euch das alles mit sensi dass ihr zum beispiel sagt und die lampe passt doch nicht dass wir die tauschen können oder der duft gefällt euch nicht dass wir den tauschen können ist kein problem wir haben 80 über 80 dürfte im sortiment das fängt von der muttertags kollektion an vom vatertentag bring back baba kommt demnächst auch noch wieder dann aus dem normalen katalog und immer wieder schöne aktionen hat sensi oder auch mit unseren lizenzierten linden lizenzierten firmen wo wir zusammenarbeiten das zeige ich euch auch mal das zählen auf unserem katalog harry potter unitons dann haben wir zum beispiel disney sowas haben wir auch im sortiment und da wechselt auch im moment immer öfters mal und da habt ihr so viel ausweis zum verschenken für sich selber es gibt so viele möglichkeiten was ihr mit den sachen machen könnt also wirklich was schönes ich habe gesagt ihr könnt auch sparen ihr könnt mich anschreiben über facebook instagram e mail und mir sagen ich hätte gerne ein party link was ist ein paar ding und die wo es noch nicht kennt ihr habt die möglichkeit durch ein party link wie eine party für euch ihr habt 90 tage zeit in 90 tagen könnt ihr bestehen wie ihr wollt ihr seid unabhängig von mir dass ich bestelle ihr könnt 90 tagen habt ihr zeit 295 euro zu bestellen bis zu 200 ab 295 euro fängt die prämie an bei uns das heißt ihr könnt ein halbpreisartikel bekommen ihr kriegt eine warngutschrift ab 295 da könnt ihr euch noch sachen aussuchen könnt euch eine lampe oder eine lampe mit düften aussuchen zum halben preis unser feuchtigkeitsmädchen zum halben preis die wüftbox glaube ich auch zum halben preis wenn nicht sag es euch und würde ich euch sagen unsere überraschungsbox die könnte auch über einen club schon günstiger kriegen zum beispiel aber wir bleiben jetzt mal am party der shopping link ihr könnt mit freunden teilen er sagt die eine freundin sagt oh das riecht bei dir zu gut und das heißt hier ich habe schon wenig wenn man 515 euro zusammen kriegen da können wir uns jeder artikel zum halben preis aussuchen oder das heißt ich habe 295 euro zusammen die haben zusammen gesammelt in der zeit und du sagst hier ich nehme zum beispiel eine freundin will ich was schenken zwei lampen haben wir auch ein kombi angebot mit sechs bars also hast du gleich zwei geschenke so gesehen oder ein geschenk und eins für dich also du hast so viele möglichkeiten dir dann was raus zu suchen da würde ich mir helfe ich dir auch sehr gerne und das machen wir dann auch zusammen dass du dass du das richtige bekommst und auch was schönes hast so was ist kombinieren und sparen habe ich schon angesprochen wo ihr sparen können wir haben die möglichkeit kaufe 5 bekomme 1 gratis das sind bei uns 10 säcke bars kappers sandpacks unsere sensipods lizenzierte bars und so weiter gibt es vieles 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 und ich verlinke unten auch in der video beschreibung den katalog da siehst du das auch noch mal alles und dann siehst du auch hier system ich glaube das seht ihr jetzt verkehrt rum auf der einen seite eine duftlampe drei bars und du sparst 4 euro 50 auf der anderen seite gibt es die möglichkeit zweiten elektrische duftlampen plus 6 bar und du kannst bis zu 14 euro schreiben das heißt du hast verschiedene variation zwei land steckt mini duftlampe für die wand stecker nehmen 6 bars sich aussuchen und bezieht 107 euro statt 121 euro oder das haben wir hier noch eine duftlampe für 42 euro und 50 euro eine 6 bar 121 euro und normalerweise wirst du 135 bezahlt also man sieht schon ganz schön viel oder eine elektrische duftlampe mit drei bars für 71 euro kosten normalerweise wenn du drei bars einzeln nimmst 96 euro 50 und da beziehst du nur 92 50 dann auch zum beispiel badreiniger reinigungstrio haben wir da tust du auch noch mal drei euro spannen wenn du ein kombiset nimmst badreiniger ein spülreiniger und ein spülmittel und was ich noch geiler finde das ist unser feuchtigkeitsmelde das ist hammer geil finde ich persönlich auch eine hand seife ein sensi badesalz ein dusch geh und eine hand seife bekommst du dafür für 42 50 normalerweise beziehst du 55 25 wenn es einzeln kaufst und du kriegst ein artikel umsonst die hand seife kriegst du dazu also es ist wirklich keine kombi und die produkte sind wirklich super für die haut hochwertiges sonnenblumenöl aloe vera also super hochwertige sachen und darüber habe ich auch schon ein video gemacht wie geil ich die produkte finde das findest du alles auf meinem kanal das sind wirklich geile produkte also du kannst viel sparen wenn du möchtest und ich sag lieber gleich dazu vor einer sich ein partylink macht und sagt auf einmal meine versandkosten werden höher bei sensi ist es so ab wenn du über einen partylink bestellst und ich finde ein partylink der ist super um Geld zu sparen ab 140 euro kommen dann noch mal 5 prozent drauf das ist nicht viel also dafür was du am schluss zusammen gesammelt hast tust du ja richtigen schnapper dir machen du kriegst du hast möglichkeit ein halbpreis artikel zu bekommen plus hast du noch eine warngutschrift wo du noch was geiles dir aussuchen kannst also wirklich geile sache und wenn du noch mehr über sensi erfahren möchtest oder noch tipps haben möchtest oder was anderes schreib mich einfach an ich freue mich wenn mir einer mal schreibt und sagt hey ich hab lust sein sie zu testen es gibt auch es ist auch bei mir so wenn du mal bestätzt bei mir da kommt vielleicht mal ein brief nach haus geflattert von mir mit einem kleinen dankeschön und mal schauen vielleicht ist der eine oder andere dabei dass ich melden möchte und den katalog verlinke ich euch auch noch mal unten in der video beschreibung da könnt ihr in ruhe und wenn ihr fragen habt mich anschreiben ich schicke euch auch gerne mal einen katalog zu dass ihr in papierform dort habt und in ruhe lesen könnt also in diesem sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen tag und ich werde jetzt erstmal schön weiter düfteln und noch ein paar düfte für euch testen die ich auch noch nie ausprobiert habe also macht's gut eure Josi